Der Weltraum ist dunkel, kalt und erschreckend leer. Aber wir Erdbewohner haben Glück gehabt. Wir sind inmitten wunderschöner Sterne zu Hause. Ein hübscher Mond schmückt unseren Himmel. Die Sonne, unser wichtigster Stern, spendet uns Wärme und Licht. Sonne und Mond sind die besten Helfer, um dem Zodiak auf die Spur zu kommen. Wer Sonne und Mond gut beobachtet, wird den Zodiak finden. Die Suche nach dem Zodiak führt uns in die Sternenwelt. Der Begriff Zodiak stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Kreis der Lebewesen. Aber auch Sternbilder trugen zu diesem Namen bei. Der Zodiak, dieser Kreis der Lebewesen, verbindet bekannte Sternbilder. Zodiak. Sterne, Mond und Sonnenlauf.